Selbst der Software-Gigant Microsoft kommt angesichts der wirtschaftlichen Turbulenzen nicht ungeschoren davon. Erstmals seit seinem Börsengang 1996 meldete das Unternehmen einen Quartalsverlust. Das Minus beträgt etwas mehr als 400 Millionen Euro und ist vor allem auf die Übernahme der Werbefirma Acquaintiff im Jahr 2007 zurückzuführen, auf die Microsoft nun fast 5 Milliarden Euro abschreiben muss. Dazu kommen Verluste im Online-Geschäft. Den Umsatz konnte Microsoft um 4 Prozent auf rund 15 Milliarden Euro steigern. Das Minus beträgt etwas mehr als 400 Millionen Euro.